Willkommen zu einer weiteren Aufnahme in Minecraft mit Marcy, Schonwer, Blacky und mir, dem Tam. Ich baue jetzt einfach mehrere solche Fallen. Ich muss das mal drücken. Willst du mal deine dummen Eier legen, du sagten Gesicht? Marcy, willst du Eier? Nein. Wieso nicht? Er ist männlich genug. Ähm, Schaf und so weiter, kann ich dir auch mit dem Seil mitnehmen? Ja, aber du darfst nicht zu schnell laufen, weil sonst bricht das Seil, wenn die zu weit weg sind. Und wie kriege ich die jetzt? Wo sind die denn genau? Du musst halt welche finden. Ja, dann reite ich jetzt da hin. Aber du bist auf dem Pferd zu schnell, dann geh lieber zu Fuß. Ja, dann bin ich auch zu langsam. Nee, zu langsam gebe ich nicht, wenn man mit dir noch geht. Dann muss ich sagen, damit irgendwas auch noch mehr. So, jetzt habe ich mehrere Fallen vorbereitet. Das ist wie so Fliegenfallen oder so Mäusefallen. Das war lustig. Was bist du eigentlich für ein nichtsnütziger Bastard da hinten? Ich bin Tam. Das stimmt nicht. Das stimmt auf gar keinen Fall. Ich habe schon wieder Eier. Wo tue ich die jetzt hinten? Weg. So. Solch Farmen. Keine Ahnung, Mario Witz. Gieß nicht da. Das stimmt. Mein Hamster schläft immer noch. Genau. Und die Hamster sind auch nachtaktiv. Ja, der war um sieben Uhr, weil er zum letzten Mal war. Ist er tot? Nein, der ist noch ein Baby, der ist eher tagsüber aktiv. Aber normalerweise sind die da nachts aktiv, oder nicht? Wenn erwachsen sind, Babys sind noch Babys. Du kennst doch Babys, die sind alle zwei Stunden wach. So ist der auch eigentlich. Ich kenn keine Babys. Ich will ja Kontakt zu denen verboten. Was, ihr habt Babys? Ich? Ja, doch. Ich schicke dir jeden Monat welche Hallo. Nee. Doch. Das wüsste ich. Falsche Adresse, oder was? Ja, wahrscheinlich. Die von dem pädophilen Ring hab ich, glaub ich, genommen. Ups. Ja, das wüsste ich schon mal. Ja. Kann hier keiner Vorwürfe machen. Ja, genau. Das sind ja in guten Händen. Kriegen jeden Tag Körperkontakt und so. Die Kopfnuss. Das war... Wie man halt Babys so erzieht, das ist alles schon vernünftig und richtig. Ist das so? Ja. Glaub ich nicht. Warum nicht? Warum glaubst du mir nie was? Ja, ich glaub nicht. Aber ich bin ein guter Tem. Ja. Ja, ja. Da klang ich jetzt schon wieder nicht so überzeugt. Was hast du zur Zeit gegen mich? Ich bin doch dein allerbester, bestester. Das, das hab ich gemerkt. Das willst du mir damit sagen? Ja. Das weißt du an genau. Nee. Ja, da bin ich schon. Ja. Ich weiß es. Und das reicht mir auch. Mir nicht. Ich bin traurig. Masi hasst du mich. Nur weil ich so nett zu ihm bin. Ja. Du bist nett zu mir? Ja. Ich hab dir grad voll mit dem Zuckerrohr geholfen. Ja, deswegen war auch alles weg. Wissen wir, dass du das nicht schenkst, bin ich nett. Ich hab dir Rockies Rüstung geschenkt, die ich dupliziert hab aus Versehen und nicht weggeworfen. Ja, voll nett. Ich bin nett. Voll nett. Ha. Masi helfen ist immer falsch. Der backsteppt einen sofort, wenn er kann. Nein! Aber wenn du kommst und meine Sachen sind auf einmal alle weg. Ich hab dann nix gemacht. Ich hab dir das Wasserhine gemacht. Mein Gott, ey. Masi ist mein Opa. Was ist mein Smartphone? Masi, weißt du, was ein Smartphone ist? Ja, ich hab eins. Dann glaub ich dir nicht. Ja, doch, ich schon. Du glaubst dir schon, dass du ein Smartphone... Schon mehr. Ich glaub dir nicht, dass du es bedienen kannst. Schon mehr. Ich hätte es nicht gern. Das haben wir nie als du. Nein. Ich hab acht. Andys. Du hast nur eins. Ja, besser als... Besser als keins. Ich hatte in meinem Leben nur eins. Ich hab acht. Eins reicht mir. Wozu brauchst du acht Smartphones? Das ist einer, grad ein Virus. Wie immer. Ja, hier. Und du sagst, du kennst dich besser damit aus. Ich guck zu viel Pornos, da kommen immer Viren drauf. Dann nimmt mich ein anderes Handy, wenn das irgendein Gespott ist. Das ist doch praktisch. Nein. Stell vor, ich würde hier auf dem PC gucken, dann wären wir mit dem Laptop die ganze Zeit im Arsch. Oh, Diamantenschutz 3. Endertruhe. War sie smart. Das ist auch für mich, der G. Alles für dich. Ja. Wir haben jetzt alles. Bist du im Shop oder was? Ja. Das, was da im Shop ist und was nicht für schwer und schießt, ist eigentlich frei. Ja, also alles frei. Ja, im Prinzip. Außer halt die Kisten neben der Endertest, wo die drauf sind, weil ich damit die Schilder mache und so. Oh. Da bräuch ich immer ein bisschen Holz. Aber sonst ist alles free. Aber ich hab mir alles genommen quasi. Dann legt das Holz wieder rein. Warum? Reicht das mal auch für die Schilder? Ja, dann musst du einen Auftrag an das Auftragsbord machen mit der Kiste für die Schilder drin sind, dass du Holz brauchst. Oder den Birkenholzbretter. Ne, das Eichenholz brauche ich für die Schilder. Okay, das kann ich dir drin lassen. Den Rest habe ich nie? Ja. Brauner Pilz. Das macht sie. Das ist ja voll. Ich farm gerade zu Abend. Bisschen. Weil ich nix. Das ist eigentlich für Rob. Aber kannst du auch klauen, wenn du dafür sinnvolle Verwendung hast. Ne, eigentlich nicht. Ja dann. Aber ich nehm's trotzdem. Aber ich nehm's trotzdem. Nein, lass für Rob. Aber du hast gesagt, ich darf's nehmen. Nein, das ist für Rob. Aber das ist schon zu spät, ich hab's genommen. Kommst du dann durch? Dann weint Rob. Ja, das ist ja nicht meine Schilder, das ist deine Schilder. Oh, warte, ich helf dir, mein Freund. Kann doch nix für, dass du keinen Shop bedienen kannst. Du mich auch. Wie ist das da keinem zu? Okay. Ich bin Marcy. Junge, es ist dunkel, geh in dein Haus. Nein, es ist Taghelm. Wieso geht ihr da nicht... Was hat hier? Vorm Wind. Und ich bin jetzt in dein Haus und geh hier nicht mehr raus. Wieso geht ihr da nicht rein? Was ist los mit euch? Ja, lass es mal. Was geht da rein? Da ist ein Bett im Shop, du kannst dich da rein. Nee, bitte nicht, ich brauch dunkel. Nein, schnell. Da sind Betten, bei der Auftragsgeste. Ich guck schnell. Jetzt nicht einfach. Bei der Auftragsgeste. Ach so. Was ist denn das? Ja, ich will tagsam, ich will zurück. Ja, geht grad nicht. Doch. Doch. Nein. Das sind hier Betten, das sind so orange Betten. Ja, ich seh jetzt. Ja. Na, guck mal. Ich muss es schnell. Nein, jetzt kommen 5 Sekunden. Ihr seid scheiße. Ich mag wein, die Tee. Fick dich, Arschloch. Okay. Hab ich gestern Abend, reicht das? Michael hat so viel Spaß. Ja. Alle freuen sich, alle hassen sich. Alle lieben Tam. Alle wollen Babys mit Tam. Tam, wenn du mir sagst, wie ich nach Hause kommen soll, du hast ja Flügel, du kannst zurückfliegen. Ich nicht. Schau gerne. Jetzt weint er. Oh fuck. Ja, aber was soll ich denn sagen, die ganze Zeit, wo, 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 wo. Du musst dann halt mal 20 Minuten warten, bis Tam da sein. Du hast gesagt. So, so ist besser. Ich hab dir jetzt geschlagen. Ist jetzt der Eisengolem böse auf mich? Ich weiß das nicht. Das scheint nicht böse. Aber ich wäre, ich sag jetzt nicht die hyperaktiven. Wo mache ich das? Oh. Nee. Alter, ich baue jetzt erstmal die Tür ab. Randa. Ich hab noch Habs zu selbst. Pass auf. Nein, 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 nein. 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 Sekunde. Wir haben das gleich. Wir haben das gleich. Ich hab nichts getan, was auf irgendeiner Weise illegal erscheinen könnte. Das ist ganz schön anstrengend. Das... Äh, weißt du, mit Bart auch gleich. Egal, aber es funktioniert scheinbar. Dabei hab ich dem gar nichts zu essen gegeben. Ich dachte, dem muss ich noch essen geben. Naja. Oh Gott, ey. Hab ich voll erschrocken. Ich hab ein bisschen Schiss, seit ich dem einen irgendwie den Kopf abgehört hab fast. Ich führ das jetzt einfach da hin. Dann ist gut, ne? So. So. Dann bin ich jetzt in der Schiene, wenn ich... ...gebe mich auf den Sack. Weil ich das wirklich nicht so mach. Egal, pass auf. Wir nehmen jetzt den guten mit Harald hier. Apropos Lass dich mal da drinnen Mir geht es ja gut hier Harald hoch Harald Harald Harribert Tu das nicht Wir wollen beide dich in ein neues Zuhause Bringen Ich hoffe auch nur anders Ich habe das gleich Ich kriege das hin Da ist keiner Habe ich noch Zufällig Schienen Habe ich noch Schienen Bitte Gipsen Pass auf Sollte reichen Wenn nicht Weck mich Ich kriege das hin Ich kriege das hin Ich brauche so die ganze Achterbahn Durchs Dorf Das wird ganz cool So Kleiner Mann Stimmt Weil ich den eingeklaut habe Ist er jetzt ein kleiner Und jetzt muss ich auf die andere Seite Eisengolem Ich habe nie was Böses getan Wer das behauptet Lügt Fahr doch nach Hause Dein neues Zuhause Du Werdes nicht so ein fettes Stück Kot Wie du die auch schieben musst Weißt du, mittlerweile kannst du das selber fahren Fahr Fahr Oh, ja stimmt Fahr Ich glaube, sie soll ich einfach gefangen nehmen Ich mach da beim nächsten Mal weiter Aber den schick ich jetzt noch Nach Hause Gas 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 Und zu Hause Sehr gut So Und damit sind wir erstmal fertig Kann ich nicht? Ich weiß nicht, wie das geht Wie das schon immer macht mit seinem Cheat der Hüpf Aber Da passt jetzt erstmal Fertig fully Termine Möjbe